ja hallo in diesem video wollen wir zeigen dass die e-funktion also die exponentielle funktion schneller steigt als jede potenzfunktion ja also wenn wir hier ein koordinatensystem haben und das hier ist dann die e-funktion e hoch x und dann nehmen wir eine potenzfunktion zum beispiel x hoch eine million ja die wird hier kurz hinter der 1 förmlich explodieren zum beispiel 1,1 hoch eine million das ist ganz ganz viel ja aber obwohl es so aussieht dass die potenzfunktion hier gewinnt dass die höhere werte hat wird diese exponentielle funktion die potenzfunktion irgendwann überholen ja die werden sich also irgendwo kurz vor dem jupiter noch mal schneiden da wird die e-funktion hier die potenzfunktion überholen so sieht das aus da irgendwo kreuzen die sich aber das ist so weit oben also kurz vor der sonne denke ich mal gut wischen wir das wieder weg und überlegen uns wie können wir das beweisen ja der beweis ist ganz einfach ich muss ja nur den grenzwert bilden und zwar für x gegen plus unendlich den grenzwert von e hoch x durch x hoch n ja also wenn ich diesen grenzwert hier bilde und die e-funktion gewinnt dann wird dieser grenzwert dieser limes plus unendlich sein und wenn die potenzfunktion gewinnen würde dann würde der grenzwert zu null werden ja also man guckt wer wird größer der zähler oder nennender gut wir beweisen das mit hilfe der vollständigen induktion und mit der regel von l'hôpital und wir fangen an mit der vollständigen induktion und da müssen wir ja erstmal den fall n gleich n gleich 1 beweisen ja also wir beweisen erstmal dass wir n gleich 1 also wenn wenn ich die potenzfunktion ab x hoch 1 dass dann der grenzwert plus unendlich entsteht gut also wir bilden den grenzwert die limes für x gegen plus unendlich für e hoch x durch x hoch 1 dieses n ist jetzt gleich 1 also schreibe ich hier hoch 1 hin ich schreibe es noch ein bisschen schöner so hoch 1 gut jetzt können wir diesen grenzwert hier nicht bestimmen weil sowohl zähler als auch nennen gehen für x gegen plus unendlich gegen unendlich und deshalb müssen wir die regel von l'hôpital anwenden das heißt wir differenzieren zähler und nennen ja also ich schreibe jetzt nun mal limes hin gemeint ist immer der limes für x gegen plus unendlich weil das ist jetzt so viel schreibarbeit also wir wenden die regel von l'hôpital an und dazu müssen wir beide funktionen also zähler und nennen ableiten die ableitung von e hoch x ist wieder e hoch x und die ableitung von x hoch 1 ist 1 so jetzt ist es ganz einfach weil der grenzwert von e hoch x für x gegen plus unendlich ist unendlich und der limes von 1 ist 1 also also oder plus unendlich also habe ich hier plus unendlich und damit habe ich das ganze schon mal für n gleich 1 bewiesen als nächstes kommt der induktionsschritt also der zweite schritt im beweisverfahren induktion ist der induktionsschritt und da nehme ich an dass dieser grenzwert hier plus unendlich ist wenn der exponent n heißt also dass diese formel richtig ist und beweisen muss ich dann im induktionsschritt dass diese formel auch dann noch richtig ist wenn hier oben n plus 1 steht also wenn n 1 größer wird also schreibe ich mal hin was was muss ich beweisen ich muss beweisen dass der limes x für x gegen unendlich von e hoch x durch x hoch n plus 1 plus 1 jetzt ebenfalls gleich plus unendlich ist das möchte ich beweisen gut rechnen wir den mal aus da können wir wieder die regel von le hospital anwenden denn sowohl der zähler als auch der nenner gegen 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 unendlich wenn x gegen unendlich geht beziehungsweise da habe ich ein plus vergessen x gegen plus unendlich so gut also wie gesagt zähler und nenner gehen gegen unendlich wenn x gegen plus unendlich geht und deshalb darf ich die regel von le hospital anwenden das heißt ich leite zähler und nenner getrennt ab und die ableitung von e hoch x ist wieder e hoch x und die ableitung von x hoch n plus 1 ist nach der potenzregel der differenzialrechnung x plus 1 mal x hoch n oh jetzt habe ich das das limes zeichen ganz vergessen also limes das leite ich ab da habe ich gesagt der exponent kommt vor das x also n plus 1 mal x hoch n einfach hier die die potenzregel der differenzialrechnung anwenden gut jetzt wisst ihr wenn ich ein limes habe dann kann ich eine konstante hier vor das limes zeichen ziehen ja und das ist ja hier eine konstante meine variable heißt ja hier x ich schreibe es nochmal besser drunter x gegen plus unendlich zumindestens hier schreibe ich es nochmal drunter hier habe ich jetzt keinen platz und wie gesagt also diese konstante kann ich vor das limes zeichen ziehen machen wir mal hier unten weiter dann habe ich hier im zähler limes e hoch x und im nenner habe ich da habe ich jetzt erstmal natürlich hier das da vorgezogen dann habe ich hier n plus 1 ich habe ja gesagt dieses n plus 1 ist eine konstante das kann ich davor ziehen und da bleibt übrig limes x hoch n so das kann ich jetzt etwas anders schreiben dann sieht man nämlich das ergebnis besser ich ziehe das hier nach den regeln der bruchrechnung raus dann habe ich 1 durch n plus 1 mal und hier habe ich den limes von e hoch x und hier habe ich den limes von x hoch n als nächstes mache ich folgendes n ist ja eine konstante somit ist dieser erste bruch hier eine konstante und diesen ersten bruch diese konstante nenne ich jetzt mal k so und dieser bruch hier da wende ich einen grenzwertsatz an und zwar wenn ich im Zähler und Nenner einen Grenzwert habe dann kann ich diese Grenzwerte zusammenfassen zu e hoch x durch x hoch n ja und ich schreibe nochmal jetzt vielleicht mal besser drunter dieses x ist dieses x geht gegen plus unendlich na so ok so und jetzt kann ich sehen wie groß dieser Grenzwert ist der steht nämlich schon hier das ist ja das was wir beweisen wollen und da hatten wir angenommen dass das plus unendlich ist also habe ich hier k mal plus unendlich und das ist plus unendlich ja ich schreibe es mal da drüber ja also das ist die Lösung so also ich bekomme genau das raus was ich beweisen wollte denn ich wollte ja hier im Induktionsschritt zeigen wenn dieser Grenzwert für n plus unendlich ist dann ist er auch bei n plus 1 ebenfalls plus unendlich bei n ist er plus unendlich und bei n plus 1 ist er ebenfalls plus unendlich das war ja das was man im Induktionsschritt beweisen muss denn das nimmt man an man nimmt an dass die Formel für n richtig ist und zeigt dann dass daraus folgt bei n plus 1 behält sie ihre Richtigkeit ja machen wir nochmal eine schnelle Zusammenfassung wir wollten also beweisen dass die E-Funktion schneller steigt als jede Potenzfunktion dazu muss dieser Grenzwert hier plus unendlich ergeben und das wollten wir beweisen also diese Formel wollten wir beweisen mit Hilfe der vollständigen Induktion dazu muss man zunächst einmal den Fall n gleich 1 beweisen also wenn der Exponent gleich 1 ist das haben wir hier gemacht da stimmt die Formel also schon mal und im Induktionsschritt geht man folgendermaßen vor man nimmt an also man setzt einfach voraus dass die Formel für n stimmt und beweist dann dass sie auch für n plus 1 stimmt also das nimmt man einfach an und beweist dass die Formel dann für das folgende n für das nachfolgende n stimmt und das haben wir hier gemacht ich habe also den Exponenten n durch n plus 1 ersetzt und dann hier so mit Tricks gearbeitet Regel von Leropital und so weiter und dann ist plötzlich dann ist wirklich plus unendlich rausgekommen so wie gewünscht ja jetzt werdet ihr noch fragen wozu brauchen wir das also dass die E-Funktion die am schnellsten steigende Funktion ist das braucht man an mehreren Stellen in der höheren Analyse und zum Beispiel im nächsten Video da werden wir die Laplace transformierte der Potenzfunktion herleiten und bei der Herleitung da braucht man eben die Tatsache dass die Exponentialfunktion schneller steigt als die Potenzfunktion ja aber man braucht diese Formel oder diese Erkenntnis noch an einigen anderen Stellen und deshalb habe ich da ein extra Video gemacht ja damit sind wir am Ende auf Wiedersehen